So Ich hab's nicht Jogi, ich hab's nicht. Ich bin deswegen nie gefahren. Ich weiß mal als Gegner tue ich mich sehr sehr schwer bei dem Teil. Ich bin sehr oft am Bouncen. Und das, obwohl ich die untere Bodenwanne anschieße. Das ist immer sehr sehr schwer für mich das Ding einzuschätzen. Aber ich finde es sehr sehr OP. In meiner Auaah! Naja, auch nicht schlecht. Cool. Ja, du? Alter du bist sauer. Lass den Scheiß. Du bist auf mir drüber. Lass den Scheiß, Alter! Hau bloß ab du! Ich kann da nix dafür. Du bist mit reingefahren! Ach du Vollidiot! Hau bloß ab du! Hau... Ich kann da... Was ist denn der Scheiß? Geh wenig zum Gegner! Jetzt bleib ich... Du verdammter... Lass den... Alter, ich kann doch nix dafür... Mann! Hau... Tön... Ddo...